Buddha 566 bis 486 vor Christus Die Geschichten und Legenden, die sich um Buddha, den Erleuchteten ranken, sind mannigfaltig. Ähnlich wie in vielen anderen Religionen soll auch im Buddhismus dadurch dem Begründer eine besondere Aura verliehen werden. Doch welche der vielen Anekdoten sind historisch belegt? Wer war Buddha wirklich und was hatte er mit den selig lächelnden Figuren gemeinsam, die auch uns Westeuropäern sein Abbild so vertraut machen? Geboren wird Siddhartha Gautama, der spätere Buddha, 566 vor Christus, als Sohn des Königs von Sakya im heutigen Nepal. Der Legende nach soll seiner Mutter, der Königin Maya, vor der Schwangerschaft ein kleiner, lieblicher Elefant mit sechs Stoßzähnen erschienen sein, der ihren Schoß leicht verletzte. Das führte zur Zeugung des Gautama. Doch damit nicht genug. Unmittelbar nach der Geburt, bei der das Kind der Mutter auf einer Lotusblüte in die Arme gefallen sein soll, soll der Neugeborene seinen Eltern vorausgesagt haben, ich werde über Geburt und Tod und über alle Dämonen siegen, die den Menschen quälen. Soweit die Legende. Als sicher gilt, dass Siddhartha Gautamas Mutter kurz nach seiner Geburt stirbt und er von einer Nebenfrau seines Vaters an Sohnes Stadt aufgezogen wird. Er verlebt eine unbeschwerte Kindheit, die er in vollen Zügen genießt. Das Beste ist für den jungen Königssohn gerade gut genug, egal ob es sich um die Auswahl der Lehrer, seine Freizeitbeschäftigungen, das Essen oder die Kleidung handelt, Der Luxus am Königlichen Hof kennt keine Grenzen. Von 40.000 Tänzerinnen und 84.000 Frauen wird berichtet, die einzig damit beschäftigt sind, Vater und Sohn zu unterhalten. Das wirkliche Leben, das außerhalb der Palastmauern herrscht, bleibt Siddhartha verborgen. Jung verliebt er sich in eine seiner Cousinen und nimmt sie zur Frau. An seinem behüteten Luxusleben ändert sich auch nach seiner Eheschließung nichts. Er ist bereits 29 Jahre alt, als er zum ersten Mal den Königshof verlässt, um die nähere Umgebung zu erkunden. Was er dabei erlebt, lässt ihn nicht mehr los. Innerhalb kurzer Zeit begegnet er einem Greis, einem Schwerkranken und einem verwesenden Leichnam. Nichts davon hatte er jemals zuvor in seinem Leben gesehen. Wie besessen ist er nach diesen Begegnungen von der Frage nach dem Sinn des Lebens. Die ihm bisher selbstverständlichen Vergnügungen verlieren ihren Reiz. Immer wieder überlegt er, welchen Weg es geben könnte, um den weltlichen Leiden zu entfliehen. Doch er findet keine Antwort darauf. Kurz entschlossen verlässt er deshalb eines Nachts seine schlafende Frau und den neugeborenen Sohn und macht sich auf die Suche nach der wahren Erlösung. Zu Fuß, ohne Gepäck und ohne Dienerschaft. In den ersten Jahren seiner Wanderschaft sucht Siddhartha die Antwort auf seine Fragen in verschiedenen indischen Lehren. Er führt Gespräche mit den bekanntesten Philosophen seiner Zeit und wendet sich schließlich der weit verbreiteten Schmerzensaskese zu. Durch Buße und strengstes Fasten will er der Wahrheit näher kommen. Yoga und Meditationen sollen ihn leiten. Doch alle seine Versuche sind vergeblich. Kein Leiden, keine Anstrengung und kein Verzicht bringen ihn ans Ziel. Erschöpft und völlig abgemagert erkennt Siddhartha, dass dies nicht der richtige Weg für ihn ist. Er wendet sich von den traditionellen Lehren ab und versucht ein Mittelmaß zwischen vollkommener Askese und wohlbedachten Sinnesfreuden zu finden. Statt tagelang zu hungern, genehmigt er sich täglich eine Schale Reis. Doch er lebt weiter in Keuschheit und sucht sein inneres Gleichgewicht in der Meditation. Eines Nachts sitzt er unter einem pappelfeigen Baum am Ufer des Nerandjara-Flusses und denkt über seine Erfahrungen der letzten Jahre nach. Er weiß nun, dass er die Wahrheit in sich selbst finden muss. Und so beschließt er, ich werde mich so lange nicht von hier fortbewegen, bis ich wissend bin. Wie in Trance spürt er plötzlich seine Erleuchtung. Er erkennt die Kette von Ursache und Wirkung des Lebens und den Weg zur Seligkeit. In den nun folgenden Nächten wird ihm alles vor Augen geführt, was seine spätere Lehre prägen soll. Er lernt seine bisherigen Leben kennen, erhält göttliche Sicht und erlangt Einblick in das System der zehntausend Welten. Als er aus seiner Trance erwacht, ist er nicht mehr Siddhartha Gautama, sondern Buddha, der Erleuchtete. Er steht auf und hält seine erste Rede, die Lehre von den vier edlen Wahrheiten, nach denen sich der Buddhismus noch heute richtet. Die erste Wahrheit besagt, dass alle weltlichen Daseinsformen ungenügend sind, den Menschen niemals vollständig befriedigen können und damit stets leidvoll sind. Nach der zweiten Wahrheit ist die Ursache dieses Leidens jedoch im eigenen Geist des Menschen zu finden, nämlich in seinem Begehren. Die dritte Wahrheit lehrt, dass es durch Erlöschung des Begehrens zwangsläufig auch zum Erlöschen des Leidens kommen muss. Die vierte Wahrheit beschreibt den praktischen Weg, der zu dieser Leidensüberwindung führt. Am Ende steht die vollständige Leidensaufhebung, das sogenannte Nirwana. Nach seiner Erleuchtung gelingt es Buddha innerhalb kurzer Zeit, viele Meister der Meditation, ungläubige Könige und auch Dutzende der sturen menschenfeindlichen Asketen zu bekehren und zu seinen Glaubensbrüdern zu machen. Er gründet einen Mönchsorden und ein Kloster. Parallel dazu entwickelt sich eine buddhistische Laiengemeinde, die zwar den Lehren Buddhas folgt, sich aber nicht den strengen Alltagsregeln der Mönche unterwerfen muss. Für die gilt, der Mönch meidet die Zerstörung von Keim- und Pflanzenleben. Nur zu einer Tageszeit nimmt er Nahrung zu sich. Er meidet Tanz, Gesang, Musik und verwirft jede Art von Schmuck und Schönheitsmitteln. Hohe und üppige Betten benutzt er nicht. Frauen und Mädchen nimmt er nicht an. Er hat keine Diener, hält keine Tiere und übernimmt keine Aufträge und Botendienste. Von Kauf und Verkauf hält er sich fern. Er begnügt sich mit dem Gewande, das seinen Körper schützt. Mit der Almosenspeise fristet er sein Leben. Stechen, Schlagen, Überfallen, Plündern und Vergewaltigen liegen ihm fern. Im Gegensatz zum indischen Kastensystem, das die Menschen in unterschiedliche Volksschichten einteilt, behandelt Buddha alle gleich. Ob König oder Bauer, Brahmanen oder Ausgestoßene, Geldverleiher, Heilige oder Bettler, jeder, der an seine Lehre glaubt, kann sich ihm vorbehaltlos anschließen. Die Gleichstellung aller Menschen geht sogar so weit, dass Buddha selbst seinen Feinden gegenüber freundlich gesinnt ist. Auch wenn ihm körperliche Schmerzen oder gar der Tod angedroht werden, bleibt er seiner buddhistischen Geisteshaltung treu und reagiert ohne Hass, voll Güte und Milde. Nach sieben Jahren der Wanderschaft kehrt Buddha 530 vor Christus an den väterlichen Königshof zurück, um seine Familie zu bekehren. Sein Vater, seine Frau und sein Sohn glauben an die Erleuchtung ihres Lieben und schließen sich seiner Laiengemeinde an. Nur seinem Cousin kann er nicht überzeugen. Dieser verabscheut Buddha so sehr, dass er ihn töten will. Als sich Buddha von der Familie verabschiedet, um seine Wanderung fortzusetzen, erfährt der Cousin, dass Buddhas Weg durch eine Schlucht führen wird. Zusammen mit einigen seiner Untergebenen bereitet er ein Attentat vor. Sie platzieren einen Felsbrocken auf einem Berg. Dieser soll genau dann in die Tiefe gestürzt werden, wenn Buddha unter ihm ist. Alles verläuft wie geplant. Doch als sich die Staubwolke, die durch den Aufprall des Felsbrockens ausgelöst wird, lichtet, tritt Buddha unverletzt mit einem seligen Lächeln auf den Lippen aus ihr hervor. Seine Anhänger jubeln. Für sie ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass Buddha ein würdiger Glaubensführer ist. 45 Jahre lang ist Buddha von nun an auf Wanderschaft. Dabei lebt er stets nach den strengen Regeln, die auch für seine Mönche gelten. Er lehrt alle Menschen, ohne dafür Lohn oder Anerkennung zu erwarten. Die Lehre, die er verbreitet, ist im Vergleich zu den anderen Glaubensrichtungen, die zu dieser Zeit in Indien vorherrschen, sehr tolerant und liberal. Für ihn gibt es keine Götter, die für das Schicksal der Menschen verantwortlich sind. Das Herz jedes Einzelnen steht im Mittelpunkt des Universums. So hat auch jeder die Möglichkeit, durch seine eigene Kraft zur Erlösung zu gelangen. Es liegt Buddha fern, neue Gottheiten oder Rituale einzuführen. Er zeigt den Menschen, dass nicht die Anzahl oder die Größe der Opfer für die Erlösung verantwortlich ist, sondern jeder Betende selbst. Schriften oder Lehrsätze verfasst Buddha nicht. Er bringt den Menschen seine Lehre im Gespräch näher. Eine Zitatsammlung aus seinen Reden ist überliefert, deren Wahrheitsgehalt auch heute noch erstaunlich ist. Wie zum Beispiel, glaub nicht an irgendetwas, nur weil man dich die Schriften eines Weisen lehrt. Glaub nicht an irgendetwas, nur weil es von der Autorität der Meister und Priester her rührt. Das, was mit deiner Erfahrung übereinstimmt und was sich nach genauer Prüfung mit deiner Vernunft vereinbaren lässt und zu deinem eigenen Wohlergehen und dem eines jeden Lebewesens führt, das nimm als wahr an und lebe danach. Mit 80 Jahren erkrankt Buddha, vermutlich an der Ruhe. Auslöser könnte ein Teller Schweinefleisch gewesen sein. Anderen Quellen zufolge litt Buddha an einer Pilzvergiftung. Doch egal, welche Krankheit ihn gequält haben mag, seine Aufgabe als Wanderprediger vernachlässigt er nicht. Tapfer, mit bewundernswerter Standhaftigkeit und ohne zu klagen, setzt er seine Tätigkeit fort. Als er schließlich spürt, dass seine letzte Stunde naht, hüllt er sich in einen gelben Umhang und legt sich auf ein Bett mit Blättern. Er ruft seinen Lieblingsschüler zu sich und unterweist ihn in den letzten ihm offenbarten Fragen der Wahrheit. So gibt er seine Erfahrung und sein Wissen an die Nachwelt weiter. Mit einem seligen Lächeln auf den Lippen schläft Buddha zufrieden ein. Sein letzter Wille ist es, dass nicht die Mönche, sondern die Laienbrüder seine Beerdigung vornehmen. Die Mönche sollen stattdessen ihre Pilgerwanderung fortsetzen und die Wahrheit zu den Menschen bringen. Die Laienbrüder verbrennen den Leichnam Buddhas nach altem königlichen Brauch und verteilen seine Asche unter seinen Anhängern. Noch heute gibt es in vielen Tempeln Reliquien, die auf den wahren Buddha zurückgehen sollen. So werden in einigen buddhistischen Gebetsstätten Zähne oder Knochenreste verherrlicht, die, wie es heißt, bei der Einäscherung des Leichnams nicht verbrannten. Unabhängig davon, ob die Reliquien wirklich über 2500 Jahre alt sind oder erst im Laufe der Zeit ihre Bestimmung gefunden haben. Der Buddhismus gehört heute zu den großen Weltreligionen. Buddha hat ein Lebenswerk hinterlassen, das die Jahrtausende überdauert hat. Buddha hat ein Lebenswerk hinterlassen, das die Jahrtausende überdauert hat.